Morgen... Duschen. Schulprojekt. Lass das hinter mir jetzt einfach mal dran. So, ganz kurz. Mir fehlt die Hälfte des Vlogs, zumindest von dem heutigen Teil heute Morgen, von dem ich heute Morgen gemacht habe, denn meine SD-Karte ist weg. Keine Ahnung. Vielleicht wurde es mir geklaut und ich wurde fast geschlagen und bedroht. Der Abfuck für mich ist jetzt nicht, dass die SD-Karte weg ist, sondern dass die Dateien, die ich da drauf hatte, weg sind. Das fuckt mich dezent ab, weil, ja... Warum ist das passiert? Ganz einfach. Ich habe über den Tag heute mit drei verschiedenen SD-Karten gefilmt. Eine, die ich heute Morgen verwendet habe, danach eine, die mit der ich momentan auch aufnehme, damit ich 4K aufnehmen kann und die letzte ist eine weitere gewesen, weil die andere voll war. Könntest du mal bitte scharf stellen? So, jetzt hoffe ich, das bleibt so. Das wollte ich sagen. Bei diesem ganzen Durcheinander scheint mir die SD-Karte, die ich heute Morgen hatte, wohl abhanden gekommen zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ich kann sie nicht finden. Ich habe generell, wir haben heute eine bestellt, morgen kommt dann eine an. Das heißt, ich kann dann endlich komplett in 4K. Momentan habe ich eine 16 GB SD-Karte drin. Die hält kaum was aus. Die ist wirklich... Also 4K ist so eine riesige Datensammlung. Das ist fast nicht mehr auszuhalten. Und deswegen werde ich morgen das eine bessere haben. 64 GB, ich hoffe, das reicht. Das ist 4 mal so viel. So, und jetzt fange ich einfach direkt damit an, dass ich zu Chris gefahren bin, auf dem Weg zum Bahnhof, wo ich dann das erste Mal mit dieser Karte gefilmt habe. Sorry, ich würde euch gerne mehr präsentieren, aber geht halt nicht. So, die Glocke sind jetzt in 4K. Ich habe es geschafft. Richtige Sprecher bitte. Der richtigen Geschwindigkeit. Es ist kein Echt los, geht. Ich bin auf dem Weg zum Bahnhof. Hast du eine Karte da? Sollen wir jetzt eine holen? Ne, lass uns mal eine holen. Das druckt gerade Bibi aus hier. Das druckt ja gerade aus. Oh, wie ist es? Boah, was? Nein. Hast du gar nicht ausgedruckt? Wunderschön. Wunder ist, 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 ist. Wenn das nicht wunderschön ist, meine Freunde. So, wir sind jetzt. Wir sind jetzt hier. Ich höre es von oben. Winkel. Ja, hier, hier sind wir. Warte, schnelle Roomtour. Fernseher, Schreib, Bett, Christoph. Ich bin das uninteressante Samtzimmer. Was machen wir jetzt? Ein Film mit der Kamera. Das heißt, ich habe jetzt zwei SD-Karten. Ich muss immer wechseln. Ich kriege das hin. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ne, ne, kriegst du nicht hin. Das ist unmachbar. Unmachbar? Unmachbar. Ich versuche. Wir sind jetzt an einem neuen Drehort. Ja. Sehen wir jetzt. Wir sind jetzt für Bibi aufnehmen und ich werde jetzt mal mein Handy hier irgendwo positionieren, dass ich ein bisschen was aufnehmen kann dafür. Ja. Also Schlauen habe mich direkt mit dem Finger geschnitten. War das den? Ich weiß nicht, wahrscheinlich stellt er nicht scharf. Keine Ahnung. Ich habe mich hier auf jeden Fall direkt mal geschnitten. Egal. Wir empfehlen mir. Ich zeige euch das mal mit dem Handy bei mir. Ich habe noch eine Kamera dabei. Bis gleich. So, wir haben jetzt abgedreht. 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 So, wo gehen wir jetzt hin? Dein? Wo wir hingehen, nein. Keine Ahnung. Wir sehen uns. Bis gleich. So, Christopher hat gerade sein Teser-Ding kaputt gemacht. Ja, es ist relativ kaputt, aber es ist sein Teser-Ding. Seht ihr das? Seht ihr das hier? Er hat es geschrottet. Kauft euch das Bibi-Bot. Bitte. Bitte. Kauft es euch. Danke. Kauft es euch. Gibt's nur euer Taschengeld-Wichser. So dämlich, Alter. Also, ab kind. BPOS es euch für den overwhelming. Also, es geht ab. Ja, das ist doch. Chris muss jetzt gerade was für sein Video aufnehmen, ich werde ihn dabei jetzt einfach mal ein bisschen filmen und ja dann machen wir mal ein paar zähne Mac-X draus. Bis zum nächsten Mal. Wir sind so hobbylos, wir schauen Try Not To Love Challenges und wer ist unterwendig zu lachen? Ich gehe jetzt zum Bahnhof.